So, es gibt mal wieder Neuigkeiten, dritter Anlauf außerdem, aus dem Hause Pottweiler Entertainment. Und zwar dieses Mal mal wieder ein Giveaway. Nicht alles ist so grausam, wie die neue Single von SRW lautet. Es gibt auch schöne Seiten im Leben und davon haben wir eine hier genau vor mir. Wie man unschwer erkennen kann, gibt es ein iPhone dieses Mal. Wir haben uns gedacht, was 500 Euro, was 1000 Euro, wir wollen jetzt mal was in der Hand haben. Nicht nur mal Papier, Papier. Jetzt mal richtig was Festes hier. iPhone 3G. Weiße Edition. Ich packe jetzt mal aus. Hier so ein Wischlappen. Kann man hier schön, ne? Ein bisschen sauber machen alles. Die Euro-fettigen Finger. Kann man damit beseitigen. Äh, ja und... Ist natürlich voll funktionsdurchtig hier. Entriegeln. Mitten in der Nacht hier um 23 Uhr, aber sonst arbeitet ja keiner. Kann ich ja mal kurz Musik anmachen hier. Was haben wir denn hier? Karma von Manuel. Äh, ja. Da sind jetzt nicht allzu viele Apps drauf. Eigentlich gar keines, weil das gerade wieder hergestellt worden ist. Aber ist auf der neuesten Version und kann auch mit allen Karten benutzt werden. E-Plus, Mi-Plus, D-Stars, A-Yieldis, Ghetto. Ihr wisst ja wie das ist. Äh, Kamera... Geht alles bestens. So. Äh... Kann man da auf jeden Fall noch was machen. Sollte das kaputt gehen oder irgendwas. Ja. Und jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die ihr dafür machen müsst, um dieses 16 GB weiße, schöne iPhone 3G abräumen zu können. Äh, zwei... Also als erstes... Ich... Hier wird das dann irgendwo stehen. Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der YouTube-Guru, der hier die Ahnung hat von giveaway und so einen Scheiß. Also hier... Oder da... Wird jetzt gleich stehen, was ihr machen müsst. Also als erstes, äh... Untern YouTube-Channel natürlich abonnieren. Das ist... Der Standard. Zweitens müsst ihr einen Kommentar unter... Esser, wie ist neues Single machen. Grausam. Kennt wahrscheinlich schon... Kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Da muss ein Kommentar unter. Und zwar... Äh... Kinder des Zorns plus euren Kommentar. Also zum Beispiel Kinder des Zorns, ein Strich und dann... Äh... Nike-Schuhe sind klasse. So. Äh... Dann... Ähm... Als dritte, beziehungsweise vierte Bedingung setze ich voraus, dass ihr das Video featuret auf eurem Channel. Das bedeutet... Ihr geht, äh... Weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann. Aber ihr geht hier auf... Bearbeiten. Und dann macht ihr... Vorgestelltes Video. Dann scrollt ihr nach ganz unten, drückt auf Sonstiges. Dann kommt hier unten Video-URL kopieren und hier einfügen. Dann nehmt ihr die Video-URL von diesem Giveaway, was ich jetzt gerade aufnehme. Was ich gleich auch noch dann hochladen werde, rendern, dies, das. Macht ihr da rein. Dann macht ihr hier auf der rechten Seite Änderungen speichern. Und dann ist das fertig. Und dann sieht das dann so aus wie... Das Video hier von Grausam. Also von SAB. Ähm... Ja. Und natürlich müsst ihr das Video favorisieren. Und das wisst ihr ja sowieso alle, wie das geht. Einfach hier auf Favorite drücken. Ja. So. Jetzt geht, äh... Wiebke ins Bett. Ja, nachdem Wiebke jetzt ins Bett gegangen ist, kann ich weitermachen. Es gibt eigentlich nicht mehr viel zu sagen dazu. Außer viel Erfolg. Und äh... Bleibt uns treu. Bleibt Abonnenten. Denn es werden noch viele Giveaways folgen. Oder Free Tracks für das neue Album von Monraison oder von SAB. M.B.L.L.2010 Generalist Zorn 2.0 Haltet danach auf jeden Fall Ausschau. Ganz verrückte Sachen. Äh... Und hier werdet ihr es auf jeden Fall als erstes erfahren. Oder auf Potwaller.de Okay. Jallabai. Ciao, ciao.